Okay, wir sind jetzt zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Hardcore. Es ist eine Weile her und wir sind immer noch nicht auf Version 1.20. Es sind inzwischen eigentlich die wichtigen Mods alle geupdatet, aber ich werde wahrscheinlich noch bis Tag 2000 auf 1.19 bleiben und dementsprechend auch noch nicht in neue Bereiche gehen. Und dann nach Tag 2000 werden wir hoffentlich dann updaten. Notfalls schiebe ich halt noch einen Ultra-Hardcore-Stream dazwischen. Das heißt, wir haben die Gelegenheit, noch ein paar Handgriffe zu erledigen. Was ist hier mit den Redstone-Vartikeln los? Also man sieht ein bisschen, dass wenn die, hier, die Lichtquelle da, die Fackeln, wenn wir nah rankommen, wird das Licht auf einmal wärmer. Trotz der neuen Grafikkarte muss man leider dazu sagen, dass gerade zumindest hier in dem Bereich die Performance gar nicht so geil ist aus irgendeinem Grund. Muss man mal gucken. Also ich habe bis jetzt leider nicht rausgekriegt, trotz zig Versuche, was hier los ist. Aber wir haben ein paar Sachen, die wir tun können. Wir haben, solange wir noch nicht 1.20 haben, haben wir die Gelegenheit, ein zweites Set Neverride-Armor einfach mal vorzubereiten, bevor wir das Smithing-Template dafür brauchen. Da müssen wir gleich mal gucken. Wir müssten hier, glaube ich, auch einen Rüstungsschmied haben oder einen Waffenschmied, der, glaube ich, auch Rüstungsteile vertickt. Zumindest ein paar. Dann, ich habe Fawns-Bücher besorgt. Ich glaube sogar hier. Genau, Fawns bietet dieser Villager hier uns an. Und zwar habe ich vorbereitet, oder zumindest das versucht. Wir müssen uns auch noch mal XP farmen. Aber das können wir ja in der Raid-Farm erledigen jetzt. Ich will eine Eisenrüstung vorbereiten. Und dann habt ihr spätestens nach Tag 2000 hoffentlich drei Möglichkeiten im Twitch-Chat, wie ihr mir das Leben schwer machen könnt. Ihr könnt anordnen, dass ich mein Schwert downgrade auf ein Holzschwert, auf ein verzaubertes. Dann könnt ihr anordnen, dass ich meine Rüstung downgrade auf Eisen. Verzaubertes Eisen, aber Eisen. Das bedeutet im Grunde genommen, ich nehme doppelten Schaden. Und was dann noch dazu kommt, dafür muss ich dann halt natürlich hier Open to LAN machen und Game-Rules ändern. Aber ihr könnt dann praktisch für den Rest des Streams Ultra-Hardcore-Modus aktivieren. Das heißt, ich habe keine natürliche Gesundheitsregeneration. Das wird wahrscheinlich spätestens in dem Moment lustig, wenn ich dann so Sachen noch anbiete, wie Raids on Demand. Also, zwar an einem Ort meiner Wahl. Ich bin nicht komplett suizidal hier, aber ja, man kann das, glaube ich, gut kombinieren. So, und da haben wir es schon. Creative hat schon die 5... Habe ich das auf 5000 gelassen? Da muss ich aber noch gucken, ob das so korrekt ist. So, das Rüstungs-Upgrade ist aber noch nicht verfügbar, weil wir das erstmal noch vorbereiten müssen. Ähm, Iron Boots und Iron Leggings. So, das mit dem Fawns wollen wir natürlich zum Schluss machen. Wir brauchen natürlich auch Mending. Hi, Gugu, willkommen zum Stream. Ähm, wir können mal ganz kurz... Was habe ich hier? Ach ja, genau, ich habe, ähm... Ich hatte einen Trader hier. Während meiner, ähm, FPS-Tests. Ich hatte einen Trader hier und der hat uns hier diese Mangrove-Dinger verkauft. Das heißt, die haben wir jetzt auch. Immer schön trinken. Das ist ein, äh, ein guter, ähm, eine gute Idee. Es ist halt jetzt nicht so warm hier, aber es ist immer noch Sommer. Und trinken kann man ohnehin nie genug. Was soll ich hier? Ach, ich habe ja noch ewig viel Nahrung hier. Das habe ich einfach komplett vergessen, dass das da ist. Ähm. Entschuldigung, kannst du bitte nicht auf meinem Feld rumlaufen und alles hier... Guckt euch den Pisser an. Ja, hier. Also, nur wenn jemand meint, ich hätte die Mangrove-Dinger reingecheatet. Nein. Das ist nämlich der... Genau der, der das... Ich sagte, ich kann... Ich kann den Lamas nichts mehr zu leide tun, aber tut mir leid. Wenn mein Garten hier zertrampelt wird, dann weiß ich nichts. Mit dem Gummiknüppel schlage ich dann zu. So, was? Welche Lamas? Ich weiß nicht, welche Lamas ihr meint. Jetzt muss ich erstmal hier das hier wieder, ähm, reparieren. Wo ist Fod, wenn man sie braucht? Runter vor meinem Rasen. Vor allem vor meinen Kartoffeln. Ist Tiermisshandlung okay, wenn die wirklich, wirklich nervig waren? Ich meine... Ich... Ob Naturschutz oder nicht, was nicht betrifft, sind Wespen freiwillig. Also, ja. Irgendwie schon. Wer hat... Und hier hat irgendwer einfach seinen Rasen einfach stehen gelassen. Mein Pilum ist gewiss stärker als dein Stern. Oh, ja. Ich weiß sogar, von was das ist. Oh, ich erinnere mich noch sehr genau. So, ähm, Emeralds haben wir ja jetzt in rauen Mengen. So. Was hattest du nochmal? Du hattest... Nee, du hattest die Waffen. Du hattest keine Rüstung. Vom... Ein Diamant für ein Emerald. In was für einer Welt lebt Mojang, dass das Worth ist? Vor allem, wenn man... Wenn dann der Preis 17 Emeralds für eine Diamant-Axt ist, die man mit drei Diamanten hätte selber craften können. Leute schießen so gerne mit Kanonen auf Spatzen. Dabei sollten die zusammen mit Flammenwerfern für Wespen reserviert werden. Ja. Bei Wespen gibt es nie genug Dacca. Ich weiß nicht, was sich die Natur mit diesen Tieren gedacht hat. Ähm, das heißt, die... Dann machen wir die, ähm... Die, äh... Shit, wir haben gar nicht so viele. Also, wir haben gar nicht so viele von den Diamanten übrig. Dann müssen wir es halt so machen. Ich benutze... Ich benutze... Ich benutze... Ich baue ja das Erd so ungern ab. Weil ich denke mir immer, irgendwann baue ich vielleicht mal damit. Wow. Das... Das hat sogar perfekt hingehauen. Äh. Okay, okay. Es ist... Ich kann auch die Maus normal bewegen. Sehr gut. Weil, äh... das Mausrad ist immer noch hinüber. Der halbe Chat ist nebenbei auf a-slash-place dabei. Ja, das ist auch eine gute Idee. Also, ich hab... Ich hab erst, äh... Also, ich hab den Tweet von Jules dazu gesehen. Ich hab erst gedacht, Moment. Es ist nicht April. Wieso ist jetzt schon wieder a-slash-place? Und, ja. Ich ermute mal, dass es, äh... Mit der ganzen... Geschichte zu tun hat. Von wegen... Hier mit den API-Changes, die, äh... Niemand haben wollte. So. Versuchen wir mal, ob wir ein bisschen verzaubern können. Und wir brauchen auch Mending-Bücher. Weil das können wir dann direkt mit Fawns zusammentun. Looting 3... Mending. Was verlangst du dafür? Ey, das passt sogar. Perfekt. So, Fawns... Mending. Fawns... Mending. So, ich war gespannt, wie lange der Anvil noch hilft. So, dann. Was haben wir hier? Protection 3... Ist jetzt... Nicht, das... Okay, ja. Das ist... Das ist sehr lame. Ähm, gucken wir mal, wie weit wir mit unseren Leveln kommen. Fawns 2... Unbreaking 3... Protection 3... Lass ich gelten. Helm und, äh... Und... Oh, Fehlerfall 4 direkt. Ja. Also, Helm wird schwer. Fire Protection. Helm und Schuhe, weil da so viele Enchants drauf müssen. Protection 3... Unbreaking 3... Fire Protection... Warte. Aqua Affinity... Unbreaking 3... Enteignet, reddet. So, dann. Rüstung. Was haben wir alles hier? Souls... Ja, Soulspeed wäre schon mal gut. Dann. Federfall haben wir. Protection 4... Respiration 3... Deathstrider... Frost Walker... So, ich... Ich überlege gerade, was war auf dem Helm alles? Aqua Aff... Okay, wir brauchen 5... Und 6 jeweils. Hier haben wir 2 drauf, hier haben wir 2 drauf. Yo, dann... Das haben wir... Was... Was fehlt uns hier? Ne, es passt sogar. Passt. Passt, passt, passt. So. Pass auf. Soul Speed und Deathstrider... Gehen auf 1. Dann haben wir hier... Den... Und... Warte, es fehlt... Ne, es fehlt doch noch 1. Weil... Hier ist ja kein Thorns drauf. Protection 4... Warte. Ich hab's falsch gemacht. Egal. 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 Protection 4... So. So. Das ist durch. Dann. Protection 4 Unbreaking. Ich hab vorhin noch ein Protection 4 Buch gesehen. Und da haben wir schon keine Level mehr. Dafür gehen wir aber, glaub ich, eher in die... In die, äh... Ah, naja, danke fürs Abo. Dafür gehen wir, glaub ich, aber eher in die, äh, Dings. In die, äh, Enderman Farm. Als in die, äh, die Raid Farm. Ich muss mich grad dran gewöhnen, weil ich hab die letzte Zeit viel auf nem... Das ist zumindest sehr nice. Das lila Licht vom Portal. Äh, ich bin in letzter Zeit viel auf nem Server von Freunden gewesen. Und die haben halt natürlich hier Slash Home und so. Und auch halt noch so ein paar Warp-Punkte, das... Und ich sag mal so, ich exploite das natürlich. Die Frage ist, hab ich Anvils im, äh... Wobei, ich kann ja auch ein paar Anvils einfach da craften. Ich müsste ja im Beacon-Kit, äh, Eisen haben. Dann crafte ich sogar direkt mehrere. Okay, das ist cool. Kann man mir nicht anders sagen. Dieses, ist das... Aber ist das vom Portal selber? Oder ist das von den Portal-Blöcken? Also... Das ist, das ist sehr, sehr nice. Ich find's toll, dass wir jetzt, dass wir jetzt mit dem neuen BSL-Shader wirklich auch Farbe, äh, Blocklicht haben. Werbung hat genervt. Ja, das war das Ziel, also von Twitch. Wobei YouTube im Moment auch, äh... Gegen Adblock vorgeht. Wobei... Ich davon aktuell mit den Sachen, die ich benutze, noch nichts merke. Ich merke's halt eher mal sofort, sobald ich einen, ähm... Ach stimmt, das war ja wieder so mega laut. Sobald ich mal einen YouTuber... Also ich hab das mir so, dass ich halt bestimmte YouTuber halt, äh, gezielt, ähm... Whitelisten kann, dass deren Werbung angezeigt wird. Und ich merke halt sofort den Unterschied. Ich glaube, wir wechseln auch wieder zum, äh... Zum anderen Bogen, würd ich mal sagen. Ich muss dann nur gucken, dass ich, äh... Genau, dass ich die Pfeile austausche. Habe ich hier Looting? Ja, ich hab hier Looting drauf. Ich soll schon sagen, für hier wäre eigentlich ein, äh... Schwert ohne Looting besser. Es gibt eine Outer Wilds-Zeichnung auf A slash Place. Wieso, wieso überrascht dich das? Okay, ich hab noch keinen Crafting Table hier hingesetzt. Ähm, dann... Pass auf. So. Ähm, hier können wir auch mal langsam, ähm... What? Ich wollt schon sagen. Wieso hat er das nicht erkannt? Weil es in der Outbar war? Ich hab letztens noch, äh, ein Video gesehen über, über Enchantments, wo ich dann feststellen durfte. Also eigentlich hab ich mein, äh, mein, äh, meine Axt falsch verzaubert. Aber wenn du Sharpness auf deinem Schwert hast und Smite auf deiner Axt, dann hast du, glaub ich, immer irgendwie die Möglichkeit mit einem Crit Gegner zu One-Hitten. Also du kannst dann dein Schwert für allgemeine Gegner benutzen und dann für, äh, eine Axt für Untote. Oh, wenn die mir nicht immer ihre Perlen ins Gesicht schmeißen würden. So. Lass mich mal kurz Schauen. Deathstrider, Soul Speed. Hier ist kein, doch, Protection 3. Was fehlte mir hier? Deathstrider, Soul Speed hab ich da. For uns Mending. Unbreaking ist hier nicht drauf. Alter, guckt euch den, guckt euch den Preis an. Bruh. Oh, ich hab mich mal. Torhüttel, ich hab mich mal. Iber. Ich hab die Ehreу. Ich hab mich mal nicht. Ich hab dich, nicht so. Ich hab mich. Ich hab mich mal. Bambu Früggen und du kannst. Oh, ich hab mich mal nicht. So, dann wollen wir noch Unbreaking hier. So, dann brauchen wir noch Protection 4. Hier. So. aber ich glaube die mühe das ist mir heute noch die die sachen zu verzaubern von der die neue also die neue neverald rüstung ich glaube die mühe mache ich mir nicht ja hier muss ich glaube ich mir auch was überlegen mit den hoppern die muss ich glaube ich mal irgendwie umleiten dass sie zumindest irgendwie das in zwei dropper rein führt aber wir nutzen diese diese farm einfach so selten inzwischen aber ich habe genau diese farm im prinzip vor zwei wochen habe ich neu gebaut das problem war nur dann habe ich herausgefunden dass es auf dem server moment keine möglichkeit gibt endermites zu bekommen aber ich hatte halt auch schon extra etwas verbessert das system dafür die ganzen ender perlen loszuwerden weil das hier ist einfach durch die hopper limitiert so hier um dann wird es hier nur noch projekt wir auch zweimal protection 4 für die frage was das kostet war in der jaguar dacke für tausend bits wann leiden kids gehen auf a space mit dem skin kann keiner was anfangen das ist ja meine eigene variation des ipixel schamanen skins ich glaube ja es führt keinen weg dran vorbei wenn wir noch mehr von den sachen brauchen dann muss es sein dass wir zur raid farm gehen aber ich habe ja festgestellt die raid farm ist super safe also ich habe da glaube ich ich habe wenn ich sie korrekt eingesetzt habe habe ich habe ich das drin ja sehr gut wir können sie perfekt einsetzen und ich muss nicht mal ein finger rühren ich habe nicht extra eine mod installiert sagen wir uns nicht bewegen oder so kann ich auto klicken und sage mal genau in dem abstand wie es halt für die farm erforderlich ist und solange wir sie korrekt einsetzen das ist so recht cool mit den schienen jetzt sagen wir sie korrekt einsetzen spawnen auch keine wechsel ich habe dafür habe ich jetzt höchstens mal einmal weg gesehen als weil ich weiß hat falsch eingesetzt habe also muss die fahr mal schon ordentlich zurücksetzen oh wow wir sind sogar direkt bei der raid farm irgendwie habe ich anscheinend hier zuletzt geschlafen dann demonstriere ich doch mal was ich meine und wir sehen noch von lightmatiker die schematics so wie war das hier ist genau genau die zahlen müssen sterben wir machen mal kurz so ich hoffe die xp kommen rein bevor das schwert kaputt geht ich höre noch nichts hat der raid korrekt gestartet hier ist erstaunlich wenig raid action ach leute muss ich jetzt ernsthaft wieder nach einem raid captain suchen das ist ein golden apfel moment okay warte wir müssen eine map mitnehmen so ich muss kurz gucken hier hatten wir die raid farm abgeschaltet oder nee okay oh da müssen wir aufpassen ich verstehe halt nicht warum also wir haben ja die raid bar gesehen und so viel ich weiß sollte ich am besten an ort und stelle sein bevor die leiste halb voll ist das ist soweit ich es im kopf habe hier ist sogar noch ein xp orb vom letzten mal wo wir hier waren ich habe sogar noch eine ender chest hier gelassen einfach ein kill und sofort sind die äh ist der schwert äh komplett repariert aber ich benötige unbedingt einen mit einem banner mal sehen wie lange das dauert mal sehen wie lange das dauert aber irgendwie glaube ich hat die beiden raid captains die wir da hatten die zählten irgendwie beide zu dem raid und deswegen ich habe ja beide getötet eigentlich sollte das ja den dazu führen dass ein raid gestartet wird deswegen verstehe ich nicht so ganz was vorhin schiefgegangen ist aber zum Glück haben wir ja extra hier in der gegend einen outpost wenn ihr jetzt noch was spawnt aber übrigens dann wird jetzt gerade total schön die äh das vogel switchern von dem ambient mod den ich installiert habe das ist halt echt schön da sind wieder ein paar pillager warte ich habe ich habe die pfeile noch nicht ausgetauscht das sollte ich vielleicht mal tun eine armbrust da muss ich vielleicht auch mal eine belohnung machen dass wir den bogen gegen die armbrust austauschen und ich damit der mal spielen muss weil ich benutze die sonst nie was soll ich mit der leine hallo hallo was seid ihr heute so schüchtern erst wollt ihr nicht raiden dann sehe ich nirgendwo einen raid captain wenn ich einen brauche ich glaube das wird das haupt problem wenn wir aus dem raid eine belohnung machen ein bad omen zu kriegen wenn man nicht gerade hier in der nähe ein dorf nimmt ich höre was aber auch du hast leider keinen banner ich habe noch ja ich habe knockback auf dem schwert ja was ja echt mehr ein downgrade ist in dem fall ich muss dazu sagen ich finde das vogelgezwitscher gerade sogar ein bisschen zu penetrant ja endlich na nicht na na ja 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 Okay. So. Jetzt ist es verschwunden. Ja, aber das klingt schon mal gut. Aber ich bin doch immer noch in der gleichen Version. Sonst kann sich doch nichts am Verhalten geändert haben. Ah, okay. Und das Wasser. Genau, das Wasser dämpft die Geräusche. So. Vergiss die Enderman-Farm. Das hier ist einfach so viel besser. Was meint ihr, wie viele Level sollen wir sammeln? Und das Wasser dämpft die Geräusche. Ich glaube, wir haben einfach jetzt schon mehr Level gesammelt als vorhin in den 5-10 Minuten, die wir in der Enderman-Farm waren. Da wir es einfach viel konstanter können. Also bei der Enderman-Farm sind ja immer diese Pausen drin, bis die Enderman nachgespawnt sind. Und hier ist es ja einfach konstanter Gegner-Spam. Bis zum nächsten Mal. Oh, 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 oh. So, Level 50. So, Level 50. Die Raid Bar weiß halt auch überhaupt nicht, was sie mit sich anfangen soll. So, Level 50. So, Level 50. Wir machen das mehr lange, keine Sorge. Das haben Sie Zeit für diese podplegen. So, Um compassiert die longo fortunebekleenge. Ne, du hast keine Sorge. Zäh! So, jetzt müssen wir die Farm noch zurücksetzen. Das ist wichtig. Vorher müssen wir unser Inventar leeren. Äh, Moment, ich stelle gerade fest. Handlicht ist aus. Ähm, Dynamic Handlight, warum ist das aus? So, das müssten über 100 Blöcke gewesen sein. So, diesmal ist es auch nur ein Raid Leader. So, ich bin mal gespannt, ich weiß gerade gar nicht, wie viel Neverride ich habe. Also, Ancient Debris. Ich glaube, Neverride fertig, das habe ich gar keins. So, lass mich mal kurz schauen. Ich glaube, hier wäre es ganz gut, noch eine Kiste zu haben. So, Protection 3 habe ich ja auch noch ein paar Bücher. Pass auf, dann mache ich den. Und den. Dann fehlt auf den Schuhen noch Unbreaking und das war's. Unbreaking war ich aber, glaube ich, primär bei den Werkzeugen eingeordet, oder? Unbreaking 3. So, dann können wir nämlich demnächst auch unsere Rüstung downgraden. Wo kommen jetzt auf einmal die ganzen Totems her? Habe ich die vorhin wieder aufgesammelt? So, was ich aber jetzt noch gerade tun möchte. Pass auf. Weil die Idee ist, dass wir halt für später noch ein zweites Set von Neverride-Rüstung haben. Mit Fawns drauf. Ach, weil ich Hero of the Village habe. Deshalb ist das so günstig. Das heißt, die zwei Bücher können wir schon mal kombinieren. Okay, dafür brauchen wir aber noch mehr Emeralds. So, dann machen wir Ons Mending. Ach du Scheiße, wie viel teuer ist das bitte? Was ist das für ein Price? Dann müssen wir doch noch mal in die In die Dings, in die In die Farm, in die Enderman Farm. Weil für 24 Level gehe ich nicht in die Raid Farm. Aber dann sollten wir vielleicht auch dafür sorgen, dass wir hier respawnen. Also wir gehen mal kurz zu dem anderen Endportal. Weil ich will gerade wissen, ob dieser Effekt, ob der von den Portalblöcken, also von den Emittern ist oder vom Portal selbst. Denkt daran auch, ob die Picks auf Arsenal Space zu platzieren. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis der Among Us Cock zurückkehrt. Ich meine, das Void habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen in seinen Anfängen. Okay, jetzt sind tatsächlich die Portalblöcke. Okay, jetzt bin ich auf jeden Fall schon mal gesehen. Das kam einfach so mit einem Creeper-Cock. Ach du Scheiße. Geht ja schon gut. So, der Rest ist mir egal. Ich werde nur gerade diese Sache hier durchziehen. Ich werde gerne nicht mehr sehen. Ich werde auch schon mal sehen. Das war's. So, jetzt möchte ich es aber gerade mal wissen. Wie viel Neverride haben wir? Es ist nicht so große Mengen, die wir hier haben. Not gonna lie. Ah, gut. Wir brauchen das Zeug auch eigentlich nicht in den riesigen Mengen. Ähm, Gold. Gold brauchen wir. Das ist halt auch sehr cool. Also, der Shader muss noch ein bisschen, äh, da muss noch ein bisschen was passieren, aber... Wenn wir dafür farbiges Blocklicht haben, ist das schon sehr cool. Ich glaube halt einfach, hier ist zu viel los. Wir haben hier die Redstone-Schaltung dahinter, die Licht generieren. Ich glaube, das verwirrt einfach das Spiel schon komplett und es weiß nicht, welche Farben es, äh, zeigen soll. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Wir können gleich mal in das Buch gucken, was wir... Ähm, ach, ich dachte schon, da ist das Buch. Ich dachte schon, haben wir das Mojiz-Buch, ähm, weggeschmissen. Das wäre schlecht gewesen. So, das ist das erste Mal, dass wir Neverride Scrap mit, äh, dem Misa-Pack sehen. So, noch können wir es ja ohne die Smithing-Templates. So, das machen wir dann irgendwann ein anderes Mal. So, können wir hier irgendwas... Hier, so, Hoppa-Line vom Lava... Für den Lava-Eimer, genau. Das wollte ich schon eine Weile gemacht haben. Nämlich, dass... Genau, dass wir die, äh, dass wir hier oben... Ähm... Okay, warte, der Effekt ist cool. Kriegen wir es nochmal hin? Hier. Hallo. Das ist schon ein bisschen desorientierend. So, pass auf. Wir schauen... Welche Blogs schauen wir uns an? Minus... Hier, 78, 58, minus 12, 18. Da unten... Ey, das schwankt aber wirklich gerade die ganze Zeit zwischen... Zwischen normaler Beleuchtung, blau und Rotlichtmilieu. Ich weiß nicht, ob das so günstig ist. Ähm... Ich stelle gerade fest, wir sind, glaube ich, auf der falschen Seite, ne? Wobei, ne, gar nicht. Hier wäre theoretisch... Hier wäre theoretisch... Warte, wir machen es einmal mit Mini-Hards so rum. Warte, wir machen es einmal mit Mini-Hards so rum. Wir machen es einmal mit Mini-Hards so rum. Das sollte ja eigentlich kein Thema sein. Wir brauchen dann gleich nur ein, ähm... ein Fass... Wir haben sogar eins hier drin. Pass auf, wir machen es hier. Weil sonst sehen wir es von beiden Seiten. Ähm... Und wir brauchen einen Komposter. Wir wollen ja nicht den... den Leg hier forcieren. Da müssen wir nicht gucken, wo es gelandet ist. So, ich würde mal behaupten, das war dann keine große Sache, oder? Sieht gegebenenfalls etwas schöner aus. Wenn wir sagen, wir machen das hier rein. Also ein bisschen vertieft. Braucht auch einen Hopper weniger. Ich glaube, es gibt Menschen, die würden sich wünschen, dass das der seltsame Samstersatz ist, den sie gehört haben. Ja, aber dadurch haben wir hier nochmal ein Eventar für Lava-Eimer und hat die ganzen Hopper dazwischen. Könnt das auch nutzen. Und wir haben es viel leichter, den Superschmelzer jetzt mit, äh... mit Lava zu versorgen, ohne dass ich immerhin und herlaufen muss. Ähm... Nein, nicht hier, sondern hier. Und wenn wir jetzt schauen... Ist alles angekommen. Ist Creative eigentlich noch da? Also richtig da, oder ist er gerade dabei, irgendwie Outer Wilds, äh, auf Arslash Place zu platzieren? Hm? Hm. Hm? Hm. Hm. Ah, erledigt. Machen wir doch wieder was von der Liste. Von unserer Bucketlist. So, pass auf, dann haben wir nämlich hier und dann können wir nämlich das wieder schön zur Seite packen. So. Pumpkin-Sispenser. Will das Geld fahren? Genau. Das habe ich noch nicht. Schulparkungs-Loader am Sand-Duplikator. Fawns-Rüstung. Ja, haben wir aber bis jetzt noch nicht... Müssen wir noch machen? Ja, jetzt merke ich auch, woran ich nicht gedacht habe. Ich hätte gar keine Diamant-Rüstung craften müssen, weil hier, wir haben so viel, auch aus unseren ganzen End-Rates, wir hätten das gar nicht machen müssen. Aber natürlich an dem einen Moment, wo wir es brauchen könnten, denke ich nicht daran, dass wir das haben. so, dann... Spawn-Chanks habe ich noch keine Vorstellung. Ich habe noch ein paar andere Sachen, die wir tun können. So, das weiß ich auch noch nicht, was wir machen, das Korallen-Riff abbauen. Wollen wir ein Weltnaturerbe zerstören? Sollen wir das tun? Wobei, was wir auch vorbereiten können, ist auf der Insel. Dafür brauchen wir nur Steine. Wir können es noch nicht korrekt durchziehen, aber wir können schon mal vorbereiten. Und dann können wir es eigentlich auch vielleicht heute noch anbinden, fällt mir auf. Warum ist das hier drin? Was fehlt jetzt hier? Was habe ich hier rausgenommen? Ach, das ist die Redstone... Hier, die Redstone-Kiste habe ich nicht da reingepackt. Ähm, Redstone habe ich hier drüben vorhin abgestellt. Hier. So, pass auf. Wir benötigen mal eben eine Schulkerbox voller Stein. Habe ich hier sogar, aber die ist ja eher für den Zweck, wenn wir mal... Der Raube mit dem Paneel und der roten Beleuchtung hat mich eben schon sehr stark an Aperture Science erinnert. Aperture Science? Wo hat denn Aperture Science so stark rote Beleuchtung gehabt? Ach ja, wir brauchen übrigens mehr Stein. Ähm, wo ist meine Flugausrüstung? Die Flugausrüstung war hier. Aber das sind ja jetzt alles Flight Duration 3 Raketen. Es gab gerade auf A-Slash-Plates wieder gewisse Hakenkreuze. Ja, Forscher wahrscheinlich, ne? Daraus machen die sicher einen Spaß. Na, wer erinnert sich nicht an die Adolf-Hitler-Schule für Frieden und Toleranz? Das war's. Oh, ich muss mich daran gewöhnen, ich hab ja wieder Zoom. Ich hab ja nicht auf dem, äh... Auf der anderen Installation hab ich keinen Zoom für den Server, weil die auf 1.17 ist. Es ist bei einer niederländischen Mühle, wenn es Leute interessiert. Ja, unter den Mühlen fällt's ja auch am wenigsten auf, ne? Ähm... Okay, warte, Trident, Bro. Okay, ist aber nur noch eine normale Ruine, ne? Mit nichts drin. Ähm... Hä? Müsste hier nicht noch eine... Bin ich komplett dumm? Müsste hier nicht noch eine sein? Das ist mir passiert, wenn ich spiele Minecraft, wo beim Chat gesprochen wird, R-Slash-Plays. Ja, gut, mit R-Slash-Plays mithalten ist aber auch nicht einfach. Die rote Statue ist noch gar nicht am richtigen Ort. Ähm, wo war denn hier rot gewesen? Äh, pass auf, mit ein bisschen Mathematik können wir doch eigentlich das rausfinden, ne? Ah, ne, die ist auf der richtigen. Bin ich jetzt total bescheuert. Sind alle weg. Wo ist sie? Warum sehe ich sie nicht? Wenn er mit dem Shader kann ich sie, glaube ich, sowieso nicht sehen. Ja. Aber wieso kann ich auch nicht sehen, was, äh... Ich sehe den Bauplan nicht. Wieso sehe ich den Bauplan nicht? Oder hat er die, hat er die, hat er die Schematics gekillt? Nein, hä? Nein. Hä? Okay. Hey, Moment. Ich muss mal kurz in die, äh... Weil ich hab das ja von der Weih auf dem Prism Launcher alles umgezogen. Wo ist... Zeigen wir mal bitte den Ordner. Schematics. Aber die Lightmatical-File ist dabei. Hier hat er Zugriff drauf. Warum zeigt er es dann nicht an? Das finde ich gerade nicht in Ordnung. Also ich weiß erstens nicht, warum er die eine geschluckt hat, dass die nicht mehr zu sehen ist. Die müsste ja hier eigentlich sein. Pass auf, wir generieren mal gerade ein komplett neues Placement. Oh, warte, das ist im falschen Render-Mode. Das ist das Problem, ne? Genau, und wie ändern wir das, dass der in den richtigen Render-Modus geht? Da, hallo. Das erklärt nur noch nicht, wo die eine Skin-Statue hin ist. Warum fehlt hier eine? Ich verstehe, das ist ein Render-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell-Modell. Hatte ich hier nicht auch extra den Kreis gemacht? Das heißt, wie lecker hat einen Render ausgedeckt. Pass auf, wir merken uns mal kurz die Koordinaten. Ah, das sind die falschen, hier, die brauchen wir, ähm, ich notiere die einfach mal an. So, und jetzt, jetzt movem wir das Ding zum Spieler. Wo kommst du jetzt auf einmal her? Hä? Ich versteh's nicht. Warte, das Minus stimmte nicht, ne? Aber, wie hat sich denn da ein Minus eingeschlichen? Ich hab das doch alles selber platziert. So, pass auf. Was hab ich denn hier gerechnet? Wie viele Blöcke hatte ich Abstand gelassen? Zwischen den zweien sind's 300. 340 sogar. Also, das... Hallo? Spiel? Möchtest du vielleicht... Achso, warte hier... Ne, hä? Ne, jetzt hab ich das da versch... Ich bin so verwirrt gerade. Jetzt hab ich die verschoben. Warum ist die jetzt auch relativ weit draußen? Oder habe ich nur das Gefühl? Die sind 240 auseinander. Das kommt auch viel eher hin. Aus irgendeinem Grund ist auch hier... Das Ding ist zu niedrig. Obwohl es die gleiche Y-Koordinate ist. Aber der Ankerpunkt muss doch der gleiche sein. Ne, 76, so rum. Okay, bei dem... ...müssen wir jetzt... ...Z ändern. Aber die müssten theoretisch 240 auseinander sein. Was habe ich hier gemacht? Ohne Scheiß, was habe ich hier gemacht? Wo ist der... Wo ist dieses tolle Shape, was ich gemacht habe? Shapes. 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 Oh! Ich verstehe es nicht. Warum zeigt er mir das jetzt nicht an? Shape Renderer. Da. Wieso hat doch alles irgendwie 10 Schalter, die alle umgelegt sein müssen, damit man bloß nicht versehentlich irgendwas tut. So, und jetzt müssen wir das soweit rausziehen. Ich glaube, es waren sogar am Ende 150. Noch weiter. 160. Noch ein Stück sogar. So. Nein. Nein. was habe ich hier für eine komische Zählung gemacht und ich glaube ich habe das erste genommen dass es überall freistehend war dann ist aber hier eins zu weit kriege ich es irgendwie hin dass die Outline die korrekte Farbe hat Pass auf hat das denn keine Farbe wieso hat das keine Farbe das war das war das war das war das war Pass auf das haben wir ich hasse es mit Koordinaten zu arbeiten jetzt jetzt So, rot ist gegenüber von grün. Wow, muss sehr weit raus. Aber das ist, das ist das, was wir wollten. Oh boy. Aber wir müssen echt dafür sorgen, dass das Gebiet hier ein bisschen sicherer ist. Oh. 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 hinpacken. Warte, wir können die Beacon dann auch darunter verlegen, weil ich habe auch eine Mod, die ich jetzt drin habe. Wir müssen gucken, ob die aktuell bleibt. Ist das, wenn ich Tinted Glas, oder? Ja, Tinted Glas war es. Das mit Amethyst gemacht wird, das kann Licht durchdrehen. Wenn man die auf eine Beacon draufsetzt, dass dann dieser Strahl verschwindet. Die üblichen Regeln gelten zwar weiter, also es braucht freie Sicht zum Himmel, aber wenn wir hier mit Glas dann unter den Karten arbeiten, und die Karten selber sind kein Block, also Blocken sieht es, die Beacon halt auch nicht, dann sollte das gehen. Ja, stimmt, hier war das Wasser. So, da wir im Moment jetzt erstmal nicht an dem, an den Schematics arbeiten. Das ist jetzt die Frage, wie machen wir es am Geschicktes, dass wir hier einen schönen Eingang haben, der zu beiden Seiten am besten geht. Ich glaube, erstmal müssen wir das Wasser wegmachen. So, bloß kein Schwamm verlieren. Okay, Haben wir Haste hier? Ja. Chu. Ja. 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 Musik Ach, hier ist ja sogar noch Zeug. Ich stelle das vielleicht mal hier in die Mitte, dass es ein bisschen auffälliger ist. Ähm, ganz ehrlich, wir haben so viel Emerald. Ich baue die Beacon lieber da draus. Ich baue die Beacon, ich baue die Beacon. So, mal ganz kurz was schrinken. So, das geht vier tief. Hoch. Werte, willkommen zurück. Werte, willkommen zurück. Hoch. So, Moment, wir benötigen gerade keine Schlemmen mehr. Hoch. Das war's für heute. So, dann, wir haben, ja schon wieder keinen Platz. So, dann, wir haben, ja schon wieder keinen Platz. So, dann, wir haben, ja, ja. So, dann, wir haben, ja. So, dann, wir haben, ja schon wieder keinen Platz. So, dann, wir haben, ja, ja. So, und hier drunter können wir dann das Portal platzieren. So, dann, wir haben, ja. So, dann, wir haben, ja. Ja, ich würde mal behaupten, dagegen könnt ihr nichts machen. Okay, streng genommen müsste ich es eigentlich anders ausrichten. Aber, okay. Ist es transphob gegen die Flagge zu werden? Das ist, äh, das ist, äh, das könnte nach außen hin so wirken. Oh! Äh. Also wenn, dann machen wir das richtig. So, wir brauchen nicht viel. Spielplatz hier. Machen wir nochmal ein bisschen kleiner. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir müssen vielleicht gucken, dass wir später noch hier rankommen. Vielen Dank. Ja, es ist ja die Frage, wie wir das hier einigermaßen schön hinkriegen. Stadio Valley als Wort hat es geschafft in A-Plays. Ja gut, die Community ist ja auch nicht gerade klein. Wisst ihr, wie es fies ist, dass es keine Erdslabs gibt? Und das hier sieht halt, finde ich, doch zu künstlich eigentlich aus. Ja. 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 Da möchte ich eigentlich Kies. So, eigentlich bräuchte ich auch Rooted Dirt, fällt mir auf. Da komme ich aber, glaube ich, weiß ich gerade nicht, ob man da rankommt. Rooted Dirt entstand ja bei einer der Baumarten, aber welche war das? Potsdol war, glaube ich, bei den dunklen Eichen. Aber welche Baumart hat Rooted Dirt erzeugt? So, pass auf. Wir benötigen mal kurz die Koordinaten. Können wir den Chat clearen? Nein. 63, 12, 82. Äh! Ich soll jetzt keinen Verlauf machen, verdammt! So, das Portal-Kit ist hier, weil wir müssen es aktivieren, damit, äh, damit es verbunden werden kann. Sonst funktioniert es nicht. Statt da... Ah, morgen, als Kok gibt es einen Döner-Mann-Kok. Watt? Excuse me. So, ich setze mal kurz hier die Dinger hin, damit wir den Raum frei haben. So, die Karte ist genordet, also müssen wir in die Richtung. So, ich setze mal kurz. So, wir brauchen Kies und wir brauchen, ähm... Wir brauchen, ähm, Amethyst-Glas hier, Tinted-Glas. Und ich glaube, ich werde das Eisen im, äh, in dem Beacon-Kit austauschen gegen Emerald, weil jetzt, wo wir die Emerald-Farm, also die Stacking-Raid-Farm haben, ist es eigentlich dumm, Eisen, was viel langsamer generiert wird, für Beacons zu benutzen. Gerade, weil ja, ähm, hallo? Okay, hier passieren abenteuerliche Dinge. Ähm, gerade weil, äh, Eisen ja gerade in rauen Mengen für Hopper und so benötigt wird. Hier ist es Terracotta. Glas war hier oben. Glas war hier oben. Ähm, dann brauchen wir Kies. Kies war, meine ich, unten. Das sollte genügen. Das sollte genügen. Das soll genügen. Der Döner-Makok greift Togo an. What? So, wir müssen mal kurz rechnen. So, da haben wir minus 186, 63 und 160. Ah, der ignoriert die Leerzeichen. Die Outer Whites kommen ja dann wirklich gar keine Shows. Okay, pass auf. Hier. Ja, das geht ein gutes Stück. Später können wir dann da eine Verbindung ziehen. In die Richtung. Die Omori-Community hat ein kleines Kunstwerk geschaffen, aber Outer Whites hat wohl wirklich zu wenig Leute. Ähm. Da. Ich dachte schon, wo ist jetzt das Glas hin? So, ich packe das Glas einfach mal hier hin, damit wir das nicht vergessen, dass wir das haben. 160 minus 186. Hier drüben. Auf welcher Höhe hatten wir... Auf welcher Höhe hatten wir... Das ist echt nicht weit. Auf welcher Höhe haben wir die ganze Geschichte bis jetzt gezogen? 85. Wow. Also genau hier am Limit. Genau hier, wo das Spawn-Proofing aufhört, da muss das Portal hin. Okay, wir gehen mal gerade auf volle Rüstung. Hat der Piercing? Ja, ich glaube der hat Piercing auf seinem Bogen. three nach zwei. Three. 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 One, two. One, two. Three. Three. Or. Three, two. Oh, hallo, Bot. Oh, hallo, Bot. Das ist wirklich, das ist bloß aus dieser Plattform geworden. So, das ist, das hat funktioniert. Beautiful. Mensch, der will mir doch Viewer verkaufen. Oh. 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 Vielen Dank. So, dann wollen wir gerade die Beacon. So, jetzt ist noch die Beacon da oben im Weg. Dann wird er gebannt. Warum soll ich mir jetzt die Mühe machen, ihn zu bannen? Er schreibt eh nicht nochmal. Bis ich das in OBS rauskriege. Bis ich die Bannfunktion wiederfinde. Beziehungsweise es ist halt irgendwie immer so ein bisschen so ein Hickhack, die Twitch-Funktion darüber bedienen zu wollen. Bis zum nächsten Mal. Die Franzosen bauen eine Rakete. Sicher, dass es nicht wieder ein Baguette ist? Das war ja auch so ein Ding, dass man einfach allem und jedem ein Baguette in die Hand gemalt hat. Weißt du, ganz ehrlich, da könnte ich noch nicht mal mad sein. Also, das ist halt, finde ich, nicht mal mehr ein Grief. Das ist einfach, ja, man hat was ergänzt. Das war vielleicht nicht die ursprüngliche Vision des Künstlers, aber es ist nicht destruktiv. Einfach mal Baguette und Rakete verwechseln. Echt, das ist doch fast das Gleiche. Ganz ehrlich, ich glaube, ich crafte einfach jetzt sehr viele Anvils und packe die in meine blaue Kiste. Und dann kann ich nämlich im Beacon-Kit, brauche ich dann einfach keine, kein Eisen mehr. Und dann kann ich nämlich im Beacon-Kit. Oh! So, hier. Andere Seite. Wieso zählt es nicht als vollständige Beacon? Warum zählen die alle nicht als vollständige Beacon? Ihnen fehlt die letzte... Das letzte Ding. Warum? Irgendwo auf der untersten Ebene fehlt wahrscheinlich ein Emerald-Block. Und da wir jetzt nicht mehr den Doppelsprung haben, kommen wir hier gerade auch nicht ohne weiteres raus. Und da ist es nicht mehr so. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, wir brauchen noch irgendwas, was wir für die Beleuchtung hier machen können Untertitelung des ZDF, 2020 So, damit das nicht zu uniform aussieht War eher hier Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir hatten hier noch ein paar Schulterboxen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir brauchen noch einen So, wenn wir jetzt hier noch ein bisschen. Wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass hier ein glaubhafter Überhang entsteht. So, wenn wir jetzt hier noch ein bisschen. So, komm wir füllen das richtig auf. So, wenn wir jetzt hier noch ein bisschen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, wenn wir hier nicht das voll durchziehen, sieht es weird aus. ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 not gonna lie ich bin nicht so richtig überzeugt er verliert das hier einigermaßen ordentlich abschließen können so moment ich habe da unten das zeug einigermaßen ordentlich so wenn wir jetzt noch hier ist irgendwie hinkriegen dass dieser hang ein bisschen natürlicher aussieht ich hasse terraforming habe ich das schon erwähnt weil ich bin nicht gut darin so 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 oft die gefahren dass das später falls ich irgendwas mit replay mod mache richtig kacke so 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 Okay. So, Creeper tot. So, Creeper tot. So, Creeper tot. So, Creeper tot. So. 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 So, to be honest, aber... So. 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 Vielen Dank. So, dann muss das hier aber auch weg, dann verändert sich hier das doch ein bisschen mehr als gedacht. So, dann packen wir mal kurz hier ne Chest hin. So, dann packen wir mal kurz hin. So, dann packen wir auch mal ne Schurkerboxen. Ganz ehrlich, wir haben so viele Schurkerboxen, wir können einfach eine hier reinpacken. Ich hab grad als Push-Nachrichtin bekommen, Standortfreigabe für CIA aktivieren. Dass ich das annehmen. Hm. Du musst tun, was du für richtig hältst. So, dann packen wir mal kurz hin. Gut, dann werde ich jetzt mein Handy verbrennen. Ähm, also was wir gerade auch noch einrichten können, ist ein Bett. Ich weiß zwar nicht, ob wir je wieder schlafen werden, aber es schadet ja nicht die Option zu haben. So. Es gibt auch ein paar Dinge, die wir tun können. Ich weiß nur nicht, wie viel noch die, äh, meine, meine Konzentration noch reicht. Aber ich glaube, dass wir die Sache verbinden, ist schon mal ein wichtiges Anliegen. Okay. Nur noch über Tor ans Internet und, äh, müssen nie wieder Windows benutzen. Okay. So. So. So, fuck. Ach ja. Ähm, ja. Hier muss ich den Shader wieder deaktivieren, weil das Spiel damit überhaupt nicht klarkommt. So. 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 No. So. 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 Ähm, so. Ja, gibt's hier irgendeine Möglichkeit, dass wir das einigermaßen gut hinkriegen? Ah, super, jetzt müssen wir hier- Können wir irgendwie mehrere Layer gleichzeitig hochschalten? Ich kann das nicht mal gedrückt halten. Wenn ich nicht jetzt hier zu hoch... Das ist auf 88 gerade. Das müsste doch 86, glaub ich, sein. Mein Portal in Höhe verschieben ist kein Thema. Ich sollte es jetzt nur gerade korrigieren, solange ich die Schematik noch verschieben kann. 85. 85. 85. 86. 86. 87. Fohlen hat jetzt die USA übernommen. Das ist auch ein Satz, den man nicht jeden Tag hört. Bin ich jetzt total blöd? 86 ist doch der Layer, wo das Portal drin ist, also der Ereignishorizont drin ist. Ja gut, das Problem ist, die Aktivität gibt halt trotzdem Werbeeinnahmen. 89. Also ich muss doch auch noch eins tiefer. Okay. 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 ... ... ... ... Ja, das ist korrekt. 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 Ja, da hätten wir noch mehr Treppen gebraucht. Ja, das ist korrekt. 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 Das ist korrekt. Ja, 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 das ist korrekt. Oh Sonst lässt mich das Spiel nichts machen Wegen Easy Plays Aber jetzt Platziert er einfach Wild Die Slabs Danke Spiel Danke für nichts Die Slabs So, wenn wir jetzt das Portal einmal aktivieren, müsste es uns ja immer noch zurückführen. Jawohl. Ich würde sagen, in die Richtung führen wir es dann weiter, um da anzuschließen. Wann habe ich eigentlich aufgehört mit Beleuchtung zu arbeiten? Also ich hatte definitiv mal Beleuchtung mit eingeplant in die Teile. Ich weiß, dass das beim Neta-Monument bei der Note haben wir es gemacht. Und beim End auch. Oh. 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 So, die Schematik benötigen wir jetzt so gesehen nicht mehr. Wir benötigen jetzt nur noch, dass wir da drauf kommen. Herr, ich gehe mal auf. Jetzt kommt die Schmerzen. Oh ja, ich gehe mal hin. Ich gehe mal hin. Wer gibt es diese Schmerzen? Ja, ich gehe mal hin. Ich gehe mal hin. Ich gehe mal hin. Ich hasse Slabs auf diese Weise platzieren. Habe ich das schon mal erwähnt? Ritterieren. Ach, Leute. Wir warten mal den Feuerschutztrank in der Hotbar. Mensch, da entdecken wir sogar noch einen Ort, den wir Spawn Troofen können. Oh. Oh wow, ihr seid jetzt aber sehr aufgeregt. Okay, natürlich ist meine Smite-Waffe jetzt gerade nicht verfügbar. Wie lange dauert es, bis die keinen Brauch mehr haben? Oh, da kann ich auch noch auf was für eine Distanz die kommen. Ach du Scheiße, guckt euch das an. Habe ich da dran? Natürlich nicht. Ich habe das an. Ich habe das an. So, weg damit. Dann können wir nämlich so auf die Smite-Version umwechseln. So, und die, die in One-Tap sind, lösen die auch nicht aus, dass das jetzt nochmal triggert. So, tschüss Goldnuggets. So, tschüss. So, tschüss. So, tschüss. So, tschüss. So, tschüss. Okay. Vielen Dank. Wow, das war jetzt, war ein gewagter Sprung. Not gonna lie. So, aber dann haben wir nämlich damit auch nochmal so eine kleine Stelle, wo sich bestimmt die ein oder anderen Spawns gesammelt haben, aufgelöst. So, ich habe jetzt noch eine kleine Stelle. Das Mikrofon fängt nicht immer auf. Das Mikrofon fängt an. So, das genügt hoffentlich fürs Erste. Stimmt, Seelenerde brauchen wir, müssen wir auch noch holen. Stimmt, Seelenerde brauchen wir. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, mal gucken, dass wir das jetzt hinkriegen, dass die sich treffen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Hier hätte ich natürlich Koordinaten vorhin mal aufschreiben können. Untertitelung. BR 2018 Oh, wieder die übertriebene Neta-Musik. Pass auf, ich bin hier auf... Minus 183. Was ist das? 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 Hey, das kommt mir bekannt vor da drüben. Ja, da drüben. Das Gesicht von Kufi hat einen bestimmten bekannten Bart. Ooh. Ooh. Okay. 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 So, gucken wir doch mal, ob wir ein bisschen Seelen-Erde holen können. So, gucken wir doch mal. So, pass auf, wir packen mal kurz das alles da rein. Uff, Soul Soil haben wir aber auch nicht mehr so viel. So, gucken wir doch mal. So, gucken wir doch mal. So, hier können wir wieder zumachen. So, gucken wir doch mal. 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 So, go win. So, gucken wir doch mal. Achso, er nimmt die... Ja, klar, wenn ich auf Pickblock gehe bei Slabs, dann nimmt er natürlich auch Slabs. Und der Boden hier besteht aus Boden. Und der Boden hier besteht aus Boden. Die Wand besteht aus Wand, genau. Woraus soll sie denn sonst bestehen? Boden? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wow, jetzt hätte ich mich fast hier schon selber runtergegetet, weil der Speedboost so unvermittelt kam. Oh. 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 Luft besteht aus Luft, aber wo ist besteht die Luft, aus dem die Luft besteht? Es gibt Programme auf der damen, die Luft, aus dem die Luft wird, aus dem den Antrieb, aus dem den Antrieb, aus dem die Luft zu entgangen sind. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 No Cooldown Untertitelung des ZDF, 2020 Bewerbe mich mal eben als Mod True Und ganz ehrlich, die Story ist ja auch ein Witz Weil das hätten sie machen können Wenn sie gesagt hätten, es ist dazu da Um bestimmte Sachen eben zu unterbinden Ne, so Sachen wie Rechtsradikale Symbole Dann hätten sie aber halt auch Regeln Veröffentlichen müssen, was auf dem Canvas Theoretisch nicht erlaubt wäre Dann hätte man es rechtfertigen können Zu sagen, die Bots haben halt Damit sie da schnell intervenieren können Keinen Cooldown Aber da es, ich weiß, keine solchen Regeln gab Und von Reddit-Seite aus Eigentlich nie irgendwas sanktioniert wurde Ja, ne, war es eher Selbstentlarvend als alles andere Die Deutschland-Frage wird aus dem 10-Euro-Schein Die ganze Zeit einen 18-Euro-Schein gemacht What? Ja gut, aus einer 0 macht man relativ easy Eine 8, ne, also Was heißt wir lassen? Die Routine, wo Space geköpft wird. Das haben die Bots entfernt. Uff. Ähm. Pass auf, wir brauchen Glas. Hm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Moment, nee, Glas ist auf der Etage oben. Ähm, ja, man merkt, ich kenne mein eigenes Sortiersystem total gut. Ich muss wirklich mal irgendwas hier mit Farbgebung machen oder so. Ich muss ja echt gestehen. Ich bin gespannt, was Jules aus, äh, aus diesem Arn-Slash-Plates machen wird. Gerade auch mit dem Kontext. Oh, das ist schon irgendwie sweet. So, haben wir noch ein paar Steine? Nein, doch, nein. Wir haben die hier noch. Aber das sind ja eigentlich die für die Skin-Statuen. Ähm, einen, eine Armbrust aus nächster Nähe. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, Jungs. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, Jungs. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, hier kommt dann gleich Glas hin. So, komm, wir machen einfach das hier schon, dann sieht man halt da auch den Krater. So, komm, wir machen einfach das hier schon. So, hab ich das richtig gemacht mit dem Glas? Ja, ist korrekt. So, okay. 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 Huch, hier. Huch, hier. Huch, hier. So, das... Jetzt müssen wir nur noch die zwei Wände da fertigziehen. So, das war's. 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 Das war's. So, 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 das war's.